So, weiter geht's. Da ist ja auch schon die Quest. Die Dustmen haben einen weiteren aufgerüsteten Bus auf den Straßen. Sie töten Leute! Dramatisch. Okay. Aber das ist zumindest hier, ne? Moment. Ne, mal ne Abkürzung nach oben. Muss man halt einmal einen, einen erledigen da. Das ist halt nicht so das Problem. Oh, weia. Ich hab nichts gesagt. Doch, ich hab nichts gesagt. Doch, ich hab was gesagt. Moment, so. Mal sehen, was sollst du heute packen? Du hast dein Herzteil übersehen. Das habe ich gerade auch gesehen. Ich habe es gerade gesehen, aber ich wollte jetzt, die Quest hatte gerade mal Vorsprung. Das war irgendwo da, eben als ich da hochgegleitet bin, ne? Ja, ja, ist doch gut jetzt. Ist jetzt gut. Ja, toll. Jetzt wusste ich aber nicht mehr, wo ich bin. Toll gemacht. Ja, jetzt bin ich wieder irgendwo. Dankeschön, auf jeden Fall. Na, komm, wir machen die. Noch einen Schreckenspruss. Hey. Ich hab markiert, du Arschloch. Bin ja mal gespannt, ob wir das heute schaffen. Da braucht Hoffnung. Ein bisschen. Ich schätze halt mal, dass Hauptquest mäßig nicht mehr so viel kommt, bis wir quasi die dritte Insee erreichen. Hatte ich jetzt eigentlich so nach der letzten, nur jetzt die, 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 mein Gott. Der Hauptmisschen weiß zwar nicht so spannend, aber so letztes Jahr Elton abgehauen und so. Deswegen dachte ich, das würde jetzt ganz gut passen. Guten Tag auf. Die Vergänglichen haben noch einen Bus auf der Straße, der alles zusammenschießt. Stoppen Sie sie! Ich muss mal langsam in die Richtung gehen. Oh Gott. Das ist eigentlich nur schnell irgendwie erledigen hier. Weißt ja. Erstmal dreimal den falschen Knopf drücken, ne. Das ist auch schön. Uiuiui. Scheiße. Ah, das war zu gut. Ich kann einfach nicht mehr. Ha, diesmal nicht. Was? Wird schon sagen. Ich wollte eigentlich auch oben bleiben. Aber gut, Spiel. Ist ja nicht so wichtig. Warte, 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 ey. Ich mach einer oben drauf. Oh oh. Oh Gott, war er knapp. Nur Dinger kaputt kriegen. Das Ding, wäre gesagt. Umgebungsfeuchtstrecker. War auch wieder nur ein Teil davon. Das war klar. Aber ist nicht schlimm. Wir müssen auch die Audiolaufwer- Oh oh. Die Audiolaufwerke finden. Na komm, mach mich mal tot. Macht eh keinen Sinn. Die Audiolaufwerke. Pfff. Darum sollte ich mich auch bald mal kümmern. Wobei es halt echt nicht so viele sind, ne. Es sind halt 30 Stück oder so. 36? Weiß ich gar nicht so genau. Ach komm. Wenn wir jetzt schon mal in der Nähe sind, ne. Auch wenn die Hopcodes mittlerweile ja tausend Jahre dauern. Wann hast du die Folien? Die gingen tatsächlich mal? Ja, dann wird nur lange gedauert, da hinzukommen. Hallo? Ich würde sagen. John? Sind sie hier? John? Nein. Wir holen sie hier raus. Bleiben sie, wo sie sind. Ein Helikopter? Sie sollten doch allein kommen. Die gehören nicht zu mir. Keine Ahnung, wer die sind. Scheiße! John, laufen sie nicht weg. Wir wollen ihnen helfen. Was sollte der Helikopter? John ist abgehauen. Den hab ich nicht geschickt. Wenn's die Erstgeborenen waren, müssen sie John vor ihnen finden. Folgen sie dem Heli und verlieren sie ihn nicht. Noch eine Sache. Typ schon lecker. John scheint sein Signal zu verschlüsseln. Ich empfange nur Rauschen. Ich vertraue ihnen Cole. Halten sie mich auf dem Laufenden. Was bleibt mir denn für eine Wahl? Herstall. Dipp. 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 Puta hin. Ohohohoho! Oh, du musst dich nicht immer überall festhalten, Cole, ne? Und dir manchmal einfach eine Einfachfunktion zum Loslassen. Oder zum Festhalten, weißt du, dass du ja selber entscheiden kannst, ob du dich jetzt an der Kante festhalten willst oder nicht. Aber das geht hier nicht. Hält dich immer fest, wenn du an der Kante springst. Bleiben Sie dran, Cole. Ich versuche es ja. Es ist schwieriger, als es aussieht. Sie fallen zu weit zurück. Sie fallen zu weit zurück, Sie Arschloch. Hatte ich irgendwo zwischendurch einen Checkpoint, quasi? Wäre ganz nett eigentlich. Ich kann dieses Gleiten aber auch nicht lenken, ne? Gleiten! Aber er wird so lange auf dich aufpassen, wenn er mal da wäre. Oder ist er da und meldet sich nicht. Das wäre gemein. Gehen Sie zu John. Das war's, John. Diese Operation wurde beendet. Ihr werdet mich nicht kriegen. Verdammt, John. Feuer einstellen. Wir wollen sie rausholen. Geht's nicht auch mal einfach. Oh, Mist. Das verdammte Ding will den Helikoptertank nach mir werfen. Und selbst wenn er mich nicht trifft, kriege ich bei der Explosion was ab. Ich könnte auf den Tank schießen, dem Golem so den Arm abbrennen. Das würde mein Problem lösen. Aber die Explosion würde all die Verletzten töten. Okay. Oh. Gute Tat. Tod. Gute Tod war das vielleicht. Ein guter Tod. Wow. Ich war sogar so gedacht. Aber jetzt hat er es nicht mehr. Cooles Game Design, Papa. Oh, ja. Fast geschafft. Los, halten Sie drauf. Ich bin dabei. Eui, eui. John. John. Die Luft ist rein. Toll. Ich rette sein Leben und er haut ab. Naja. Immerhin, ne? Spinner. Wir haben zwei Minuten und 45 Sekunden bevor sie meine Position ermitteln und bis dahin will ich hier weg sein. Also seien Sie still und hören Sie zu. Ich weiß, Sie sind nicht bei der Agency. Zu unsinzipliniert, zufällig. Aber ich weiß auch, dass wir das selber wollen. Die Strahlen. Wir haben zwei Minuten und 45 Sekunden bevor sie meine Position ermitteln und bis dahin will ich hier weg sein. Also seien Sie still und hören Sie zu. Ich weiß, Sie sind nicht bei der Agency. Zu undiszipliniert, zu frech. Aber ich weiß auch, dass wir das selber wollen. Die Strahlenkugel. Und Sie helfen mir, sie zu finden. Sie wissen, wo sie ist. Eine meiner Drohnen hat sie auf Maldons Turm entdeckt. Finden Sie jemand Vertrauenswürdiges, der Ihnen hilft, sie zu bergen. Eine Minute, 52 Sekunden. Was soll ich Moya erzählen? Wer ist Moya? Äh, Ihre Frau? Man verarscht sie. Ich war nie verheiratet und kenne niemanden namens Moya. Eine Minute, 19 Sekunden. Sie machen Witze. Sie ist beim FBI, genau wie Sie. Beim FBI? Nie im Leben. Ich hasse diese Schweine. Sie werden mich nicht sehen. Aber ich weiß, wann Sie die Strahlenkugel haben. Sobald Sie sie haben, überlegen wir, wie wir das Scheißding zerstören. Mhm. So, überlegen wir nachher, dass das vielleicht ein anderer John ist. Weil John ist jetzt nicht so ein seltener Name. Er weiß aber, dass er John heißt. Naja. Sieg, bist du da? Hey. Hör zu, ich brauch mal deine Hilfe. Ernst? Hast dich angehört, als wär ich Dreck für dich. Hör zu, überreden wir das nicht am Telefon. Treff mich an den Ton. Sieg, vergänglichen Baum. Dann erklär ich dir alles. Okay? Klar, Alter. Bis gleich. Jetzt liebt er mich wieder. Danke. So. Wir machen aber erstmal auf Quests, würde ich sagen. Äh, neben Quests. Ich will nämlich diese Insel kompletieren, koste es was es wolle, der Grün-Grau-Treifen-Vollower. Ach Gott, nein. Sollte ich mein eigenes Leben dafür in Zahlung geben. Können Sie mich schützen, während ich was aus meinem Spind hole? Sie kriegen auch was dafür. Er hat mal auf die Schnauze gelegt. Oh Leute. Hier läuft. Entschuldigung, ich glaube ich habe gerade wen untäudiges gekloppt. Freut mich nicht. Oh Leute ey. Oh Quatsch hier. Hallo. Sterbt ihr auch mal? Ich habe euch alle schon 16 mal getroffen gefühlt. Ich finde den Schnauze gelegt, wenn wir das kennen. Ich glaube, wir wollen das nicht einmal das machen. hm 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 Er ist schwer krank und tot, aber... Was sagen, da lebt er doch noch. Da rennt er einfach weiter. Bin dabei. Oh! Kann man überhaupt alle kriegen, wenn man hier die gute Tat wählt? Wahrscheinlich nicht. Wow. Die Zeitlupe. Ah, 81 Prozent. Wie oft sind wir jetzt hier schon lang gelaufen, ey? Ah, Hölle. Eigentlich gibt es aber auch einfach ganz viele Gebiete, die so aussehen. Ich weiß es nicht. Wie frech, dass hier jetzt genau so ein Sechseck fehlt, ne? Äh, ich geh da einfach mal rein. Vielleicht... Haben wir da direkt was. Also... Ne? War ja das eine Mal auch so, dass ich da einfach rein musste, zwei Gegner besiegt haben und dann kamen die Quest erst. Ich muss halt immer nochmal den Stunt schaffen hier. Drei Leute glaube ich runterkicken. Aber halt gleichzeitig. Guck mal, da ist jetzt nämlich schon Quest gespawnt. Haha! Bumm. Oh. Mir verheimlichst du nichts. Okay, jetzt bin ich so komisch in Müll halt. Oh, die, ne? Oh. Ah! Oh, oh, oh. Hilfe. Komm ich denn da rein. Ich will... Moment. Ich will vielleicht, vielleicht will ich doch auf den Baum. Wenn Linda das sehen könnte. Wenn Linda das sehen könnte. Hallo. Templer ist übrigens gerade kurz weg. Warum auch immer. Steht da ja auch. Und da ist er wieder. Was aber wirklich bin ich da. Oh ja nicht. Wahrscheinlich ist mir die ganze Zeit wieder da und einfach nur nichts gesagt. Der Frechdachs. Könnte da sein, ne? Na. Vielleicht auch nicht. Ups. Ach komm. Das ist ja schon irgendwo weit oben, ne? Doch, das könnte das sein. Irgendwie auch nicht. Nein. Nein. Ich bin auch passend wiedergekommen. Nein. Wir sind heute alle timingtechnisch auf dem Stand. Auf dem Stand, ja. Ach komm. Gehen wir da einfach mal hin. Oh, da ist ja Wasser. Nein. Halt dich doch da an dem Ding jetzt fest. Oh, du bist so unfähig, Cole, ne? Fuck you. Warte mal was essen. Geht's euch denn so? Ich hab Tempels mal vorhin gefragt, aber er hat nicht geantwortet. Also man sieht... Guck mal, man sieht den Laden da auf jeden Fall im Hintergrund, ne? Ja, ja, dann ist das auf jeden Fall da oben drauf irgendwo. Ah, sah ein bisschen anders aus. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Aber gut. Da bin ich schon, ne? Da komm ich doch wieder nicht hoch. Ich darf wieder Draht zuhauen. Ich darf schon Draht zuhauen. Und hier steht noch und macht noch Spaß. Na dann. Hm. 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 Ach so. War einfach direkt hier hochgekommen. Ja, guck mal, dann war es wirklich hier. Aber auf der anderen Seite. Ah, deswegen sah das so aus. Und hier ist... Scheinbar noch so ein Gerät irgendwo. Das habe ich auch gerade gehört. Das 6-Pack wollte ich gerade sagen. Das 6-Pack hier auch. Gekillt. Okay. Ist eigentlich ganz oben drauf, wa? Jupp. Ich habe Sascha heute Abend nach Warren gebracht, damit sie einen älteren Mann treffen kann. Ich kenne seinen Namen nicht, aber Sascha wollte, dass das Treffen geheim bleibt. Warren ist übrigens noch schlimmer als erwartet. Überall obdachlose, verhungernde Menschen, einstürzende Gebäude. Da kann man nur noch mit einem Bulldozer was ausrichten. Hm. Hm. Auch ne Hauptquests. Na komm. Der Herzteil geht vor. Komm schon. Ja. Die Strahlenkugel. Oh, das klingt aber schon final. Du. Dachte schon, du würdest nicht kommen. Was ist denn los? Die Strahlenkugel ist oben auf diesem Turm. Wenn wir sie haben, hauen wir schleunigst ab. Oder wir hauen einfach ab. Los. Wir müssen auf das blöde Ding rauf. Geh zum Aufzug und ich überleg mir, wie ich dich rauf bringe. Oh, oh. Wir hauen einfach ab, Leute. Oh, die Folge ist vorbei, fällt mir gerade mal drauf und Sieg ist noch ein bisschen am absparsten. Lassen wir ihn mal so lange. Bis zum nächsten Mal.